Rücklicht ist ja schon an. Das können wir ja auch noch besser machen, wenn wir in Gefahr sind. So, aber zumindest nicht das ist immer das normale. Und jetzt kommen die neuen 4 LEDs pro Tic-Tac-Dose. 2,8V. Das sind ja dann 11,2V. Und mit 12V sind sie noch heller. Ja, und die Leistungsaufnahme, die ist jetzt noch 250mW. Und mit der Halogen-Lampe, die ich da vorher immer drin hatte, da waren es 5W. Eine Stromaufnahme von 450mA bei 12V 5W. Und jetzt ist es ein richtig guter Wirkungsgrad. Vorher 5W, jetzt 0,250mW oder 0,25W. Mehr kann man nicht verlangen. Das war's. Bin zufrieden. Wenn mir jetzt noch einer überfährt, den schlage ich tot.